Das ist noch so viel abgeschnitten, dass es nun wachsen wird. Er übertreibt! Er hat gerade gesagt, er übertreibt. Ich weiß. War schon wieder ein kleines Mädel. Hey, also ohne Scheiß, ich hab mal mit dem Gemüse schälen einfach. Also so viel hab ich mir noch nie abgeschnitten. Du möchtest impfen das. Es ist normal, dass man sich mal ein bisschen was abschält, aber nicht so viel. Tut nämlich nicht einfach nur weh, sondern der Finger fühlt sich anders ab. Was ist denn das? Wuff, wuff! Klassisch, Baby! Wo ist die Broccoli? Wo geht das doch? Hey, guck, da geht's doch! Nein! Hey, guck! Ereignisse! Ja! Mein Slug auch! Ja! Wo? Ja! Ereignisse! Das ist toll! Ja! Hallo? Hallo? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Pfff Wir haben einen Das hat er gesagt! Das hat er gesagt! wenn du sowas machst Ja, das soll ja die Zeit überbrücken Das wär ja aber Quatsch Wie schneit man? Scheiße, du bist der Schneider Ich weiß nicht, wenn man schneit Das ist eh das falsche Warte Scheiße, wie schneit man das? Mit X der linke Knoppen aber auch Ja Töger 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020